Hat man ein einziges Mal das Sternenringgetriebe, um das sich alles zu drehen hat, im Sein begriffen und sich aus dieser Umklammerung befreit, abgekoppelt, abgekuppelt, die Kupplung getreten, erst dann beginnt man wirklich frei zu denken und zu fühlen und nicht mehr in dieser siebenfachen endokrinologischen Walzwerkmaschinerie, gefangen zu sein.